Das ist neu in ChatGPT 4. Ja, willkommen in diesem kleinen Update-Video, wo ich dir ganz gerne zeigen möchte, was jetzt Spannendes Neues dazugekommen ist und ob ChatGPT, die 4er-Version, wirklich so viel besser ist gegenüber 3.5 oder auch die 3er-Version. Gut, fange ich gleich mal mit der ersten Folie an. Ich habe das einfach mal so in Slides aufbereitet. Und das Wichtigste ist, was neu dazugekommen ist, ist, dass ChatGPT kann jetzt auch Bilder auswerten. Also, wenn man zum Beispiel Mathematikaufgaben einfach mal abfotografiert oder eben, ja, man hat ein Foto mit bestimmten Zutaten, dann kann ChatGPT die ganzen Zutaten, soweit es geht, erkennen. Also nichts anderes, als ob jetzt hier auch wir mit den Augen ganz normal schätzen, was da abgebildet werden kann. Und das ist, finde ich, hochspannend. Ich mache mal jetzt hier diesen Link hier auf und da wurden unter anderem schon ein paar Tests gezeigt, was die KI drauf hat. Unter anderem ist sie auch entsprechend ganz lustig drauf, indem ich hier mal dieses Foto hier öffne. Da sieht man, wurde jetzt hier, ja, ein USB-Anschluss so umgeändert, wie ein VGA-Anschluss sieht der aus. Und, ja, beschreib mir mal einfach, was du siehst, ist jetzt hier die Frage und, beziehungsweise vor allem, was ist eigentlich lustig an diesem Bild? Und, ja, dann wird man sehen, dass jetzt hier in der Antwort steht, dass man ja eigentlich ein Smartphone nicht mit einem VGA-Anschluss konnektiert. Und das ist irgendwie auch das Lustige dabei. Also er kann das wirklich tatsächlich analysieren und auch sehr, sehr gut beschreiben. Und das ist wirklich ziemlich krass, finde ich. Vor allem, das habe ich jetzt im zweiten Absatz auch nochmal so zusammengefasst, dass jetzt hier gerade für Menschen mit, ja, Sehbeeinträchtigungen oder eben auch Menschen, die völlig blind sind, dies jetzt eine Riesenunterstützung ist, weil ShedGPT in der neuesten Version, ja, eben Bilder nicht nur beschreiben kann, sondern eben auch komplett, was auf dem Bildschirm gerade passiert. Und in einer Art, wie es so noch nie funktionierte, weil gerade als Webdesigner, dann, ja, kann man das ja so versuchen, barrierefrei hinzubekommen, dass eben bestimmte Buttons und so beschrieben sind, dass eben man das eben auch vorlesen lassen kann. Aber wenn eine Maschine so das entsprechend analysiert und vorträgt, was die Maschine, beziehungsweise was man sonst auch als Mensch sieht, beschreibt, dann ist das eine ganz andere Qualität. Also von daher gerade für Menschen, die jetzt hier, ja, nicht gut gucken können, ist das ein neues Feature, wo man sich wirklich darauf freuen kann. Ja, in der Überschrift steht hier, bestes Allgemeinwissen, da mehr Daten und Parameter. Ja, das ist natürlich richtig toll, weil ich bin selbst fast schon geschockt. Die neue Version schafft es tatsächlich 24.000 Wörter, wenn man möchte, zu schreiben oder auch zu analysieren, wenn man natürlich das, ja, 32K-Modell benutzen würde, aber das ist noch nicht für alle freigegeben, nur wahrscheinlich für eine ganz, ganz kleine Gruppe, die das noch aussetzt. Aber rein theoretisch kann das jetzt schon, die Vierer-Version. Das ist wirklich mega krass. Auch ist es möglich, eine Systembotschaft der KI zu übermitteln. Und zwar gerade Bing macht das. Wenn ich mir das mal anschaue bei Bing, gehe ich mal jetzt hier direkt in Bing hinein. Dazu muss ich mal meinen Edge-Browser öffnen. Und dann kann ich jetzt hier chatten. Falls du dafür noch nicht freigegeben bist, dann muss ich halt in eine Warteliste eintragen. Und dann kann man jetzt hier direkt den Unterhaltungsstil auswählen. Möchte man mehr kreative Antworten oder ausgewogen oder eben doch ziemlich genaue Antworten, wo ja hoffentlich nicht ganz so viel Unwahrheit dabei herauskommt. Ein bisschen schade, dass es hier noch Englisch ist, wenn ich jetzt hier rübergehe, beziehungsweise auch eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Naja, man sieht, es ist halt noch B da. Das Geniale ist allerdings bei Bing, finde ich, Bing benutzt ja auch die Chatty-Pity-Vierer-Version schon seit ein paar Wochen, obwohl eben Chatty-Pity erst seit ein paar Tagen in der Vierer-Version für die breite Öffentlichkeit freigegeben wurde. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel frage, gib mir ein paar Infos über Deutschland. Und dann wird man sehen, dass jetzt hier in der Suche auch immer die Quellen angegeben werden. Das finde ich halt wirklich praktisch, dass eben man nicht mehr mutmaßen muss, wo kommt denn jetzt die Information her. Und man sieht jetzt hier gleich entsprechend mit dieser Fußnote sozusagen, dass jetzt hier unten entsprechende Quellen eingeblendet werden. So, dann nochmal zurück. Was eben noch neu dazugekommen ist, dass eben komplexere Probleme mit einer einfach höheren Genauigkeit gelöst werden können. Und das merkt man dann auch tatsächlich, wenn man jetzt das vergleicht mit der alten und mit der neuen Version, dass jetzt hier das Problem tatsächlich, je komplexer es ist, noch besser gelöst werden kann. Dann einfach mal ausprobieren. Also ich habe das jetzt vor dem Video mal getestet und war wirklich erstaunt, wie zielgenau jetzt die neue Version das hinbekommt. Und gerade was jetzt ja auch die Weißwahrscheinlichkeit betrifft, ja, wo vorher die alte Version eher so 60% alles korrekt beantwortete und nicht jetzt hier irgendwas erstunken und erlogen hatte, ist es jetzt sogar, ja, bei ChatGPT bei 80%. Das ist natürlich immer noch weit entfernt von, das ist alles richtig. Aber wir nähern uns schon mit jeder neuen Version. Es ist halt natürlich auch schwierig für ChatGPT, weil ja Informationen aus diversen Foren und Internetquellen gezogen wurden, wo vielleicht auch nicht alles korrekt ist. Und ja, dann müssen doch wahrscheinlich sehr viele Menschen ran und die ganzen Informationen nochmal gegenchecken und gucken, stimmt das überhaupt oder nicht. Und dann in ChatGPT, dann in der Wissensdatenbank, dann eben einfach so markieren, was richtig und was falsch ist. Und direkt auch bei OpenEye kann man den Link, den öffne ich mal, mal hier unter Research ChatGPT 4 sich anschauen. Da wird nochmal ganz genau aufgeführt, wie viel besser die Ergebnisse zum Beispiel sind gegenüber, ja, der alten Version. Und da sieht man hier, für welche Situation, ja, wie viel besser ist. Man sieht halt, ja, das Grüne ist ChatGPT 4 und in fast allen Bereichen ist die neue Version besser. Auch eben beim Übersetzen sieht man, ist die Rate, also die Qualität, um einiges wieder gestiegen. Also, ja, die armen Übersetzer, tut mir schon fast leid, die werden wahrscheinlich viel weniger zu tun haben, weil die, ja, K.I. das demnächst oder jetzt schon eigentlich genauso gut hinbekommt. Tja. Und, ja, hier ist auch nochmal das Beispiel, mit dem Bild. Das Problem ist halt nur, wie gesagt, das kann man eben noch nicht nutzen, beziehungsweise ist es halt nur für eine ganz kleine Gruppe freigeschaltet, dass eben auch die Bildanalyse funktioniert. Ich hatte das auch nochmal gleich, als ich das gelesen hatte, ausgetestet. Hat mich schon gefreut, aber nein, das geht eben nur für eine ganz kleine Zielgruppe. Ich hoffe, es wird aber demnächst für alle freigeschaltet. Mal gucken. Also, wie man sieht, hier ist ein Riesenbericht, wo die beiden Versionen miteinander verglichen werden. Und, ja, die würden das halt nicht so umfangreich schreiben, wenn Chachiputin nicht um einiges besser ist. Also, von daher hat sich wirklich viel getan. Auch wenn man vielleicht nicht gleich auf Anschieb, ja, bei ganz einfachen Fragen den Unterschied vielleicht sieht, aber je komplexer die Aufgabensituation ist, desto genauer ist das Ergebnis in der neuen Version. Also, einfach mal durchtesten, indem du zum Beispiel da ein komplexes, also wirklich komplexes Problem, meinetwegen auch mit, ja, 300 Wörtern oder so einträgst und dann guckst du mal, was dabei rauskommt. Ich kann jetzt auch mal vergleichen mit dem wahrheitsgetreuen Update. Und zwar hatte ich jetzt in der vorherigen Version mal gefragt, ob ich zum Beispiel Bücher herausgebracht habe und das war nicht ganz so richtig. Ich kann das mal hier mal hineingehen in Chachiputin. Ich benutze jetzt hier mal die alte Version. Hier sieht man auch gleich eine kleine Zusammenfassung, wie schnell die alte Version ist und wie schnell die neue. Hier sieht man, die neue Version, die ist nicht schneller. Das ist halt tatsächlich nicht der Fall, ja, weil es halt einfach zu komplex ist. Aber eben, ja, die Qualität der Antwort, die ist halt bei Weitem besser. Aber ich probiere jetzt mal, wie gesagt, die alte Version und frage mal nach, ob ich ein paar Bücher rausgebracht habe. So, Frage abschicken. Und hier sieht man, wie schnell das auch ist. Das ist jetzt gerade in der bezahlten Version wirklich ziemlich schnell geworden. Das macht richtig Spaß. Also, als ich das erste Video noch aufgenommen hatte und das Update durchgeführte zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft, da hatte ich kaum einen Unterschied gemerkt. Aber jetzt, wo langsam die Maschine wie geölt läuft, da merkt man, jetzt ist es wirklich viel, viel schneller. Da komme ich gar nicht mehr hinterher mit dem Lesen, was in der, ja, älteren, also damals vor ein paar Wochen ganz anders war. Da war selbst in der Teil, also in der Mitgliedschaft, die Ausgabe so eher langsam, dass ich genau mitlesen oder, ja, mit vorlesen konnte, wie die Ausgabe halt war. Und hier sieht man, ich habe ein paar Bücher geschrieben. Ich sage nur, schön wär's. Die ganzen Bücher habe ich nicht geschrieben. So, jetzt machen wir einmal einen neuen Chat und jetzt benutzen wir die ganz neue Version, ChatGBT 4. Ich trage jetzt mal die gleiche Frage ein, aber ich kopiere die einfach mal. Also, ich will es wirklich exakt genau wissen. Kopieren und dann die 4er-Vision und hier, reiner mit. Okay. Hier sieht man schon, er schreibt jetzt viel langsamer, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Jetzt wird nicht mehr gelungen. Hier steht eben, leider kann ich keine aktuellen Informationen über Bücher von Stefan Petri, dem Gründer von pso.toys und tutgit.com finden. Zwar sind die Erkenntnisse halt nur bis September 2021, aber ich habe auch danach kein Buch geschrieben. Und das ist völlig richtig. Also, das finde ich echt klasse. Und gibt mir mehr Vertrauen jetzt in ChatGBT, weil ich jetzt weiß, okay, jetzt wird nicht mehr ganz so viel gelungen. Also, ich habe jetzt kein Beispiel mehr gefunden, was ich jetzt im Video zeigen kann, wo jetzt ChatGBT 4 wieder den Pinocchio aller Ehre macht. Ansonsten, gucken wir uns nochmal noch an, was passierte an neue Features. Ja, Überschrift ist einfach nur beeindruckend. In der Tat, und zwar hat jetzt hier ein Open-Eye-Gründer, also der Greg Burgman, der hat einen Test durchgeführt, in dem er mal wirklich 16 Seiten Steuergesetzstexte der KI, also ChatGBT 4, gegeben hat und dann, ja, für ein spezifisches Steuerszenario, also von einem verheirateten Paar, sollte er einfach ein, ja, Steuerproblem lösen. Und das hat die Maschine tatsächlich gut hingekriegt. Und warum klappt das so gut eigentlich? Ja, ChatGBT 4, die hat jetzt wirklich die gleiche Anzahl von Parametern, ja, wie die Anzahl der menschlichen Neuronen im Gehirn. Das ist ja unfassbar, oder? Ja, somit kann es die kognitive Leistung viel besser nachahmen als die alte Vision. Wirklich beeindruckend. Und interessant ist auch, ja, ChatGBT sagt immer, ja, mein Datenbestand ist bis September 2021 aber komischerweise weiß es trotzdem noch Daten, die danach passierten. Also, ich kann das ja mal zeigen. Wenn ich jetzt hier in der 4-Version zum Beispiel eintrage, gib mir ein paar Infos zum Pixel 6 Pro, übrigens mein Handy, was ich auch benutze, dann, ja, gib mir die Maschine ein paar Infos. Und guck mal hier, im Oktober 2021 wurde es vorgestellt. Ja, ist richtig, aber ich denke, deine Informationen sind nur bis September. Ja, oder es war halt so, dass eben bis September sowieso schon alles geleakt wurde und von daher weiß es schon die ganzen Informationen, aber dann hätte die Maschine das auch so schreiben müssen, dass die Informationen vielleicht nicht wahrheitsgetreu sind, weil es nur durch Leaks und nicht offiziell bestätigten Angaben ja, aufgeführte Informationen jetzt hier sind. Und ja, ansonsten empfehle ich halt immer, wenn man ganz sicher gehen will, nimm einfach Bing, weil Bing kann auch auf ganz frische Daten zugreifen, die gerade passiert sind. Gut, das kann ich jetzt mal schließen, aber man sieht ja jetzt, das Schreiben ist jetzt nicht so schnell. Ich kann das jetzt in dieser Geschwindigkeit auch wunderbar jetzt vorlesen und ja, aber ist okay, finde ich. Also, kann man trotzdem mit gut arbeiten. Aber natürlich, wenn es halt viel, viel schneller ist und man braucht einfach nur einen Text, den man kopieren möchte, dann ist natürlich die Geschwindigkeit vielleicht doch so langsam. Aber ich denke mal, da wird auch noch einiges passieren. Ja, und Schätzchen Pt4 soll wohl auch bessere Witze machen können. Also, wollen wir es mal ausprobieren? Okay, bessere Witze, da bin ich mal gespannt. Ja, okay. Schreibt mir einen lustigen Witz. Mal gucken. Natürlich, hier ist ein klassischer Witz für dich. Warum gehen Fische nicht zur Schule? Weil sie lieber in der See schwimmen. Naja gut, der war ziemlich flach, aber schon besser als die alte Version, weil da waren Witze bei, da konnte man überhaupt nicht lachen. Also, das hatte überhaupt nichts mit Witz zu tun. Und tatsächlich ist das so genial. Ich hatte jetzt hier auch im Vorfeld mal ein paar Videos noch angeschaut, was die KI noch so machen kann. Und bei Heise hatte ich gesehen, da war wirklich interessant, da hat der Redakteur sogar einen Gangster-Rap-Text erstellen lassen. also, wenn ich jetzt hier sage, erstelle mir ein Song-Text für Kinder zum Thema Szene putzen. Stil bitte sehr lustig. Mal gucken. Ja, wie man sieht, hier gibt es auch manchmal eine Fehlermeldung. Auch sehr schön. Wenn das passiert, dann kopiere ich das meistens einfach nur den Text. Ich kann das nochmal probieren. Ach, jetzt klappt es dann. Also, dann muss man einfach nochmal generieren drücken. dann geht es einfach weiter. Und ja, hier sieht man schon gleich, dass er jetzt hier Strophe 1 in der Sahnputzfeld, da gibt es einen kleinen Tanz mit der Sahnbürste in der Hand. Da geht es rund, ganz ohne Schranz. Was ist eigentlich Schranz? Reiben sich auf Tanz, aber was ist Schranz? Kenne ich gar nicht. Karius und Baktusfliehen können es gar nicht fassen. Denn wenn wir unsere Szene putzen, wird es lustig. Das ist klasse. Naja, also, wie man sieht, wurde da jetzt wirklich ein Text mit Refrain, mit Strophe 2, 3 und so weiter geschrieben. Das ist echt krass, weil, wenn ich jetzt einfach mal New Shed drücke und wähle jetzt die alte Version und mache genau den gleichen Text nochmal rein, dann wird man sehen, ja, Vers 1, okay, Kurs so, Vers 2 so, aber, das ist jetzt nicht so detailliert und so witzig wahrscheinlich, wie jetzt bei Shedgy2P 4. Guck mal, ich lese mal vor, komm, wir putzen unsere Szene, das ist sehr wichtig, das ist klar, denn wenn wir das vergessen, dann wird das Lachen irgendwann rar. Also, schnapp dir deine Zahnbürste und dann geht's los, putz kräftig, putz schnell, das ist der Zahnputz und trott, naja, also deswegen, man sieht schon, ich glaube, die 4er-Vision gefällt mir einfach ein bisschen besser. Allerdings muss ich auch wieder sagen, nicht alles natürlich viel, viel besser geworden in der neuen Version, weil es gibt, wie immer, auch kritische Stimmen und das wollte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten. Manche sagen jetzt schon, Open AI ist jetzt eher Closed AI, weil, ja, selbst wenn jetzt ein Gründungsbeglied sagt, dass es vielleicht ein Fehler war, dass man zum Anfang rumposaunte, das soll ein offenes Projekt sein, was für alle zugänglich ist, damit man eben die KI weltweit benutzen kann, ja, da merkt man jetzt einfach, das funktioniert wohl nicht ganz so, zum einen, naja, das kostet auch alles viel, viel Geld, ich habe gehört, jede kleine Anfrage kostet schon immer gleich ein, zwei oder sogar drei Cent Rechenleistung und das muss ja irgendwie auch alles bezahlt werden und gerade jetzt, wo man größere Schritte macht, statt jetzt so tippetippete Schritte, da will man natürlich jetzt nicht das ganze Wissen einfach so, ja, weggeben, damit andere davon megamäßig profitieren, sondern möchte schon ganz gerne selbst einfach damit ein bisschen Geld verdienen, das wird es wahrscheinlich sein und wie man ja hört, wird wahrscheinlich dieses Umdenken auch Microsoft vielleicht auch nicht ganz unschuldig sein, die ja über 10 Milliarden darin investieren und die KI in möglichst allen Programmen versucht reinzustecken, die Kritiker befürchten, dass die Entscheidung, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch in der KI-Forschung eingeschränkt wird und ja, wird sich zeigen, ich bin da, ja, ich gehe einfach optimistisch ran, ich freue mich einfach, dass jetzt vor allem wir davon wirklich sehr profitieren können, weil wir ChatGPT ja täglich mittlerweile auch in der Agentur einsetzen oder eben auch bei toolkit.com um Produkttexte zu schreiben oder eben gerade wenn eben bei unseren Agenturkunden bestimmte SEO-Maßnahmen notwendig sind, wir Texte brauchen oder aber eben auch für schöne anschreiben, dann ist das einfach das Tool, was wir am meisten benutzen. Gut, das war eigentlich alles zu der neuen Version von ChatGPT. Fazit ist, Texte sind wirklich besser geworden, also die sehen echt aus wie vom Menschen geschrieben, also es ist wirklich der Wahnsinn, man merkt wirklich immer weniger die Unterschiede, ob das jetzt eine Maschine oder ein Mensch geschrieben hat, also ganz ehrlich, ich merke da eigentlich keinen Unterschied, also suche die keinen Unterschied mehr, wenn man eben das auch den richtigen Stil noch der Maschine mitgibt, ey, schreib mal in Du-Form oder ein bisschen locker, dann hört es jetzt echt an wie vom Menschen geschrieben. Und jetzt in der Vierer Version ist das sogar wirklich noch ein Ticken besser geworden, als es schon bei der 3.5er Version war. Es gibt natürlich immer noch Probleme mit der Wahrheit, aber ich bin zuversichtlich, wie gesagt, 80% ist ja schon mal alles an sich korrekt, die letzten 20%. Ob man die jemals schafft, bezweifle ich, aber vielleicht schafft man es ja auch so auf 95% bis 99% irgendwie ran, das wäre schon wirklich eine Hausnummer. Ja, der OpenAI Entwickler Jason Y sagte, ChatGPT 4 ist ein größerer Schritt, als in ChatGPT 3 darstellt. ChatGPT 4 erreicht menschliche Qualitäten bei vielen Aufgaben und werde eine gesellschaftliche Revolution auslösen, bei der KI jede Industrie erreicht, beginnend mit der Technologiebranche. Das sehe ich ja bei uns. Also wir verwenden, wie gesagt, ChatGPT täglich bei uns. Und wenn selbst jetzt hier meine Mutter schon anfängt, für bestimmte Anlässe die Maschine jetzt zum Benutzen, also ob jetzt so ein Trauerfeier ansteht oder eben man verabschiedet vielleicht einen Mitarbeiter, auch da kann es vielleicht sein, dass man einfach sagt, okay, ich hätte gerne einen Text oder man inspiriert danach oder aber auch gerade tatsächlich bei uns in der Firma, wenn wir da auch ein paar steuerliche Fragen haben, da merkt man auch manchmal, dass unser Steuerberater an seine Grenzen kommt, weil auch der weiß nicht alles und dann fragt man einfach ChatGPT. So sieht es halt aus. Mal gucken, wie lange da auch die Steuerberater noch ihre Daseinsberechtigung haben. Das wurde ja schon immer vorhergesagt, dass gerade Steuerberater oder Buchhalter und so immer weniger einen festen Sattel im Stuhl haben. Mal gucken. Ich hoffe, dir hat das gefallen, was ich von mir gegeben habe. Ich habe das hoffentlich gut zusammengefasst für dich. Du konntest mal sehen, dass ChatGPT wirklich ein gut gelungenes Update ist. Ich wünsche dir damit viel Spaß und bis zum nächsten Update-Video. Ich denke mal, das wird nicht länger als sechs Monate dauern, bis da die 4.5 vielleicht rauskommen. Wer weiß. Also dann, viel Erfolg. Tschüss.